SNAP! Ganz genau. SNAP! 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 Zuckler und Slowdowns ist es manchmal einfach nervig. Oh nein, jetzt habe ich den Bug wieder. Oh, jetzt gehts wieder. Jetzt kann ich schon wieder angreifen. Oh Gott sei Dank. Puh, das war gerade dieser Bug, dass ich nicht mehr angreifen konnte. Den hatten wir ja schon mal. Das ist übrigens wirklich ein Bug. Wir hatten ja dann die Theorie, dass es vielleicht Paralyse sein könnte. Aber mittlerweile war ich schon mal paralysiert und das ist ein anderer eigener Zustand. SNAP! 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 Also es gibt leider... Es gibt leider wirklich einfach einen Bug, mit dem er dann nicht mehr angreifen kann, was echt ziemlich blöd ist. Also gar nichts mehr machen kann. Außer rumlaufen. Das ist unter Umständen doof. Wieso? Du hast ja kein Bug, mit dem� Teil eine müssen. Naja, was? Boah. Das war ja. Ich hab ja kein schlechtes Mal. Da war ja kein Tour했어. Neugierter! Die Welt ist echt wär's. besiegen muss, damit man weiterkommt, ist mir das schon passiert, dass Gegner irgendwo durch eine Wand oder durch den Boden glitschen und unbesiegbar werden. Das ist immer super. Hi, Ars, hallo! Das ist hier zum Glück noch nie passiert. Das Design dieser Gegner verstehe ich immer noch nicht. Warum sind das alles Clowns? Und warum hat der eine Türen auf dem Rücken und schüttelt Schlösser zu Vorhängeschlösser, die dann zu Spinnen werden oder sowas? Das gibt für mich auch im Kontext des Spiels, ergibt das irgendwie überhaupt keinen Sinn, das Monster-Design. Aber hey, whatever. Wie viel Munition haben wir denn noch? Genug. Ich lad mal nach. Na dann, weiter. Das ist hier. Ich jederzeit. Ich werde nachdenken. Ich werde nachdenken. Spinnen. 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 Spinnen! Spinnen! Ah. Yes! Snap! 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 Oh, Gott, ey. Schön. Ah, ja, das hast du schon mal, ich glaub, oder, das hast du mir eh schon mal geschrieben. Dass das so ein berühmter Zirkus, so ein berühmter Südstaaten-Zirkus sein könnte. Mardi Gras. Ja, gut. Aber der findet halt auch, ich mein, trotzdem irgendwie nirgends Erwähnung und keinen Charakter im Spiel hat, nen Bezug dazu oder irgendwie. Aber trotzdem komisch. Auch wenn das schon... ...durchaus die Inspiration sein könnte. Ah, nein. Jetzt haben wir den Bug wieder. Aber er ist schon wieder weg. Okay. Glück, echt Glück. Ich hatte das nämlich, als ich nicht gestreamt habe, mal, dass der über mehrere Minuten nicht mehr wegging. Und dann hab ich mich einfach töten lassen, weil es ging nicht mehr anders. Snap! Ja! particulate. Ja! 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 Oh, hallo. Oh Gott, ey. Dieser Schrei wird mir ja lange nicht mehr aus dem Kopf gehen, wahrscheinlich. Das ist sowas wie bei uns der Karneval. Ah, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Das war eine spontane Idee letztes Jahr mit den Haaren. Ich dachte, das ist eine coole Idee. Das ist mal was anderes. Und deswegen, dann machen wir das auch. Ich meine, immerhin sind beim letzten Spenden-Stream für den wohltätigen Zweck auch 1000 Euro zusammengekommen. Was echt irre ist. Da kann man schon mal seine Haare spenden, finde ich. Einmal nachladen. In Mafia 3 in einer Mission. Ich glaube, Mafia 3 habe ich, glaube ich, nie gespielt. Nö, ich glaube, das ist keine Kommission. Nö, ich glaube, das ist keine Kommission. Ich glaube, das ist ne Möglichkeit, das ist ne попыт Storms. Nö, ich glaube, das macht nur ... Oder Hola SNAAAAP! Ketten und Puppen und Weihräucher und was wir nicht alles haben, um unseren Charakter, unsere Waffe und vor allem unser Skateboard aufzurüsten. So, kurz speichern und weiter geht's. Ich glaube, jetzt kommt noch eine kurze Passage und dann kommt der Bossraum. Oder kommt jetzt schon der Bossraum? Bin mir nicht sicher. Ne, kommt noch eine Passage, genau. Komisch, irgendwie. Unmittelbar nach dem Spawnen ist ihr Rücken irgendwie noch kein Schottschild. Ist die Tür auf ihrem Rücken noch kein Schild. Da sind sie noch verwundbar. Dann schnitzeln. Dann schnitzeln. Dann schnitzeln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 SNAP! So, ich glaube, wir haben es gleich. Hoffe ich. Aaaaaaauuuuh. SNAP! 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 Ich glaube, das ist einfach so ein japanisches kulturelles Ding mit Geistern. Weil die Toten vom Atem angelockt werden. Irgendwie sowas. Das habe ich zumindest schon in ganz vielen Horrorfilmen und Animes mit dem Thema und so gesehen. Mit dem Nase zu halten. Keine Ahnung. Oder kennst du da eine explizitere Begründung? Eine genauere Begründung? Ja, Katze, hallo. Dann riechen einen Geister nicht, sagen manche in Thailand. Ja, irgendwie, so habe ich das auch aufgenommen aus den Filmen, die ich gesehen habe. Dass das so irgendwie, dass die Toten quasi den Atem von einem irgendwie wahrnehmen können oder so. Vielleicht auch riechen oder wahrscheinlich gibt es da auch regionale Unterschiede. Oh, noch eine Passage. Ich dachte, wir sind durch jetzt. Kommen wir beim ersten Mal gar nicht so lange vor. So, ich glaube, jetzt benutze ich doch mal schnell ein Pflaster vorsichtshalber. Okay, hier geht es noch nicht weiter. Ah, müssen wir den Raum wahrscheinlich erst auslernen. Jetzt sind wir paralysiert. Jetzt kann ich ab und zu nicht schießen. Das ist paralysiert. Gefühlt hat der Protagonist ihren Gehirntumor als Krebs bei dem Zeug, was der sieht. Aber ein Gehirntumor ist doch Krebs. Insofern kann er beides haben. Aber das ist einfach seine ganz spezielle Begabung. Seine Art, die Welt zu sehen. Ja, das ist wirklich komisch. Im ersten Teil sieht dann Emily plötzlich auch diese komischen Geisterwesen. Also, das ist nicht so klar, was da eigentlich los ist. Habe ich kein Antiparalytikum? Doch, habe ich. Yeah. Und einen Donut essen wir auch noch. Bis twittert Swery der Macher von dem Spiel immer wieder. Man soll Kaffee, Donuts, Bier und Pizza vertrauen. Das sind die wichtigsten Dinge im Leben. Die Dinge, auf die man sich wirklich verlassen kann. Kaffee, Donuts, Bier und Pizza. Ein weiser Mann. Dieser Swery. Achso, das ist der Macher von dem Spiel. Falls ich das nicht dazu gesagt habe. Na, lass los! Er lässt mich los. Oh, Verzeihung. Wollt sie nicht an, Remtin. Da kommt blöde Krabbe. Okay, ich glaube, die hat sich aufgelöst. Wenn zu lange kein... Also, wenn der Boss tot ist quasi, der Spawner. Und zu lange nichts passiert, dann hauen die einfach wieder ab. Zum Glück. Nervige kleine Viecher. Ja. Ja. Hey, wie groß ist denn der Dungeon hier? Das habe ich aber wirklich so nicht in Erinnerung. Sag mal. Fallen, weil wir jetzt dank unserer Superwaffe ja doch recht zügig hier durchkommen. Also, das muss beim ersten Mal noch viel länger gedauert haben. Aber das war im 24-Stunden-Stream. Und da war das Spiel noch relativ frisch. Da vergeht die Zeit halt einfach schon mal schneller. Da geht's. Oh mein Gott! Snack! 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 Dammit! Snack! 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 Hallo, Garry on Fire! Wie geht's? Willkommen! Was? 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 Die schreien immer so, ey. Mir geht's auch gut. Alles cool soweit hier. Nur dieser Dungeon hört nie wieder auf. Jetzt ist er vorbei. Na also, kaum ist der Gary da, haben wir's geschafft. Puh. Mehr Audio-Samples hätten die, die auf jeden Fall spendieren sollen. Also es gibt noch mehr Gegner. Die kommen aber erst nach und nach quasi. Im ersten Dungeon gibt es nur einen Gegnertyp, beziehungsweise zwei. Weil es gibt alle Gegner in leicht anderer Farbe, in Schwäche und in Stärker. Drücken wir in August du und sagen, es gibt zwei. Im zweiten Dungeon gibt es vier. Und im dritten Dungeon, das jetzt erst noch kommt, gibt es dann sechs Gegnertypen. Quasi. Also drei und drei halbe. Vielleicht gibt es noch einen vierten Dungeon mit einem vierten Gegnertyp. Aber das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wäre es echt schön, wenn die nicht dauernd Snap in mein Ohr schreien würden. Und ununterbrochen, das stimmt. Ach. Aber jetzt haben wir's geschafft. Dann können wir ihm jetzt noch seinen zweiten Stein bringen. Vielleicht steht er noch bei den Müllcontainern, wenn wir Glück haben. Weil ich glaube, in der Anderswelt vergeht keine Zeit. Weil das ja wahrscheinlich nur irgendwie in unserem Kopf passiert oder so. Man weiß es nicht. Aber es kann sein, dass er jetzt um 14 Uhr dann die Position wechselt. Da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht nur von 13 bis 14 Uhr beim Müll steht. Und sonst weiß ich nicht, wo er ist. Das habe ich mir zufällig gemerkt, dass er da von 13 bis 14 Uhr ist. Und sonst habe ich keine Ahnung, wo der sich aufhält. Stimmt, da hast du recht, Metatron. Im ersten Teil war es auch hauptsächlich dieses... Also dieser Standardgeist, den gab es zwar in verschiedenen Formen, aber die hatten auch immer die gleichen Sprüche. Die waren nur nicht ganz so aufdringlich. Ich will nicht sterben. Das war nicht ganz so nervig wie... Snap! Snap! Jörg, du bist ehrlich ganz stark ganz anders als ich. Nein, Avery, du bist auch stark ganz sicher. Außerdem hast du eine ganz besondere Kraft. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich, du darfst ruhig mehr Selbstvertrauen haben, Avery. Selbstvertrauen? Ich darf Selbstvertrauen haben? Hier ein Geschenk. Ah, die grüne Perle. Yes, super gut. Was für eine außergewöhnliche Perle. Die nehme ich dankend an, Avery. Ich will auch mal so werden wie du. Darum muss ich ganz fleißig sein. Avery, du bist stark genug. Du bist gut so, wie du bist. Nein, das stimmt nicht. Ich bin dumm und ich bin schwach. Darum muss ich ganz fleißig sein. Dann darf ich auch Lise wiedersehen. Das haben sie mir gesagt. Avery, ich weiß zwar nicht, wer dir das gesagt hat, aber die Toten kann man nicht wiedersehen. Nicht wiedersehen? Aber mach dir keine Sorgen, Avery. Es gibt immer etwas, was man für die Toten tun kann, damit sie ruhig schlafen können, weißt du? Man kann zum Beispiel beten oder ihre Mörder hinter Schloss und Riegel bringen. Jeder hilft auf seine Weise. Auch und auch du kannst etwas für Lise tun. Auch ich kann was tun? Ich kann. Ich werde etwas tun. Ich werde etwas für Lise tun. Zack, Avery scheint gerade einen Entschluss gefasst zu haben. Was hat er wohl vor? Wenn ich seine Gedanken nur besser nachvollziehen könnte. Er ist ein exzentrischer, wunderlicher Mensch. So viel steht fest. Für so jemanden muss die erdrückende Enge einer Kleinstadt wie Le Carré schwer zu ertragen sein. Hier weiß jeder alles über jeden. Von den Wochenendenplänen bis zu den Familienverhältnissen und sogar dem Einkommen. Sicher hat Avery hier so manches mitbekommen, dass er nur schwer verarbeiten kann. Ich hoffe wirklich sehr, dass diese ganze Geschichte ihn nicht vom rechten Weg abbringt. Du nicht auch, Zack? Ja, Perle des sanften Grunds. Jetzt fehlt nur die blaue Perle. Und die würden wir vom Polizisten kriegen. Vom Marvin, oder wie er heißt. Aber ich befürchte, da ist der nächste Endboss. Und von dem können wir die Quests nicht mehr abgeben. Das habe ich zu spät gecheckt. Naja. Dann wird das nichts mehr mit allen Perlen. So, dann ist aber jetzt höchste Zeit, dass wir zur nächsten Hauptquest gehen. Ich glaube, ich nehme doch schnell ein Pflaster. Ich glaube, ich nehme doch schnell ein Pflaster. Ich glaube, ich nehme doch schnell ein Pflaster.